Hier vorne ist die Wadener Wasserstraße, die Oder. Aber sieht auch nicht schlecht aus. Die Oder ist jetzt da hinten erst. Okay. Deshalb müssen wir auch Wabel da nehmen. Ich weiß nicht. Wir können auch diese Wabelstraße langgefahren. Wege Bombay. Wir stehen jetzt hier. Wir stehen an der anderen Püden. Wir sind hier fertig. Wir kommen an. Wir kommen an. Wir kommen an. Das ist sehr co optimistisch. Vielen Dank.